So, haben wir doch zum wiederholten Male geschafft, dass eigentlich ein ganz schicker Tag denn in nicht so schicken umgewandelt wird. Dank Geoengineering. Jetzt wird es ein bisschen Wasser auf die Linse geben, ist Sprühregen angesagt. Ist auf jeden Fall flächendeckend abgedunkelt mal wieder. Das war denn mit dem schönen Tag. Tja, schade eigentlich.